Wenn weiße Flocken auf die Erde knallen, alte Männer unter Tannen Gedichte lallen, wenn Oma, Opa, Onkel und Tante mit Glühwein sich geben die Kante, wenn Kinder Wunschzettel kreieren und unzustellbar adressieren, wenn man selbst von Sparzwangen sich entbindet und dennoch Geiz als geil empfindet, wenn Vater im Wald ganz ungeniert frühmorgens einen Nadelbaum liquidiert und ihn, bestückt mit Kugeln und hässlichen Schellen, im Wohnhaus in den Weg zu stellen, wenn Mutter dann hochirritiert auf die Frage von Vater reagiert, ob sie ihm heute am Heiligmorgen hierzu einen Ständer könnt besorgen. Wenn's überall Nadeln bimmelt und schellt, man allerorts über Weihnachtsmänner fällt, wenn die Kinder die Weihnachtsplätzchen kotzen und Opa hört überhaupt nicht mehr auf zu motzen und Vater ist schon von der Bohle ganz schön breit. Ja, das ist die besinnliche Weihnachtszeit.